Was wir lange nicht mehr gemacht haben? Wir waren lange nicht mehr am Kanal und ich finde, heute ist so richtig neißes Wetter dafür, oder? Nope. You suck! Okay, ich gebe es zu. Heute ist nicht das geilste Wetterfüllkanal. Aber was machen wir dann? Wir hatten doch schon lange das Problem, dass die Pfeife einfach ein bisschen spällig ist. Wir können die Zeit heute einfach nutzen, ich meine, es ist sowieso scheiß Wetter. Dann lass uns doch einfach mal so eine kleine weiße Pfeife, unterwegs Pfeife irgendwie zusammen löppeln. Das ist eine mega Idee! Ein von euch handwerkliches Geschick, aber ich habe gefühlt zwei Minuten. Ja, kein Problem. Mein Spitzname ist auch MaxGuyper. D! ... ... ... ... Du kriegst das hin? Ja. Du kriegst das hin? Er kriegt das hin? Ja man, aus haushaltsüblichen Mitteln, oder? Ja, alles was ihr braucht habt ihr zuhause. Weißer Bastelkleber. Dann sag du uns, was du brauchst und Adi und ich besorgen das. Okay, so machen wir es. Auf gehts. So ein bisschen Metall für die Base und so. Perfekt. So, was habt ihr jetzt alles geholt? Warte, hier so ein Stück Metall. Ich weiß, ich habe keine Ahnung was ich damit machen soll, aber ich weiß, dass du das kannst. Ich brauche noch irgendwas für die Bowl, könnt ihr was besorgen? Okay. Perfekt. Okay. Was hast du jetzt schon? Das ist perfekt. Das nehmen wir. Und jetzt, glaube ich, hier. Für die Base, was meint ihr? Wir brauchen noch einen Schlauch. Wir brauchen noch einen Schlauch. Wir brauchen noch einen Schlauch. Okay. Das geht's. Schauen wir mal was zu tun. Ja, das wird schon wieder. Ja, das wird schon wieder. Ja. Ja. Und damit haben wir alles zusammen. Wir können starten. Es wird geschweißt, denkt an eure Schutzausrüstung. Untertitelung des ZDF, 2020